Jetzt kriegen sie wieder eine neue Weide. Öffnet einmal und sie merken es sofort. Sie sind sehr gescheite Galoi. Sie wissen, wie es läuft. Jetzt kann ich da gar nicht gut öffnen, sehe ich da. Schauen wir mal. Jetzt habe ich wieder ein paar Tage Ruhe. Es gibt Niederschläge. Die nächste Weide da drüben ist auch schon ein bisschen nachgewachsen. Ja, wenn es Regen hat, wächst es nach. Ohne Regen wächst es einfach schlecht nach. Das ist das Problem. Ja, kann ich es gesorgt geben übers Wochenende. Keine Arbeit mit den Galoi. Es ist jetzt Freitagabend. So um 18 Uhr herum. Bauer Hause macht Feierabend. Wir gehen noch nach Burgdorf. Open Air Kino. Aber wir haben nicht reserviert. Wir haben gesagt, wir gehen. Schauen mal Essen mal was. Und wenn es Platz hat, gehen wir ins Kino, wenn das Wetter noch gut ist. Es ist schwül warm und Gewitter liegt in der Luft. Gemeldet ab 12 Uhr in der Nacht. Aber es könnte auch schon um 9 Uhr kommen. Das weiss man nie bei Gewittern. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.